Neue Rezepte finden und dabei die Umwelt schonen. Tipps, wie das funktionieren kann, findet man im Klimakochbuch. Welche Lebensmittel haben wann Saison, welchen CO2-Ausstoß hat ihre Produktion? Passt perfekt zum Thema des diesjährigen Schöpfungstages, der unter dem Motto Unser tägliches Brot stand. Damit wollten die Veranstalter vor allem auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Zum ersten Mal fand der Tag in ökumenischer Zusammenarbeit statt. Wenn man sich wirklich mal die Zahlen anschaut, wie viele Menschen auf dieser Welt Hunger leiden, wie viele Lebensmittel wir konsumieren, wie viele wir kaufen und dann auch wieder wegschmeißen, da geht es um Gerechtigkeit. Und da kann ich auch als evangelischer Christ, auch als Vertreter meiner Kirche, eben nicht die Augen und die Ohren zumachen, sondern da muss man auch mal klare Kante zeigen und sagen, so sieht es aus, Leute, und jeder kann was tun. In der diesjährigen Podiumsdiskussion lag der Schwerpunkt vor allem darauf, dass eigentlich genügend Lebensmittel produziert werden, aber die Verteilung nicht gerecht ist und in den Industrieländern zu viel im Müll landet. Es gibt eine Milliarde Menschen, die nach wie vor hungern und das ist ein Skandal, denn wir produzieren weltweit genügend Nahrungsmittel, um alle Menschen satt zu bekommen. Wir haben gerade in der Diskussion gehört, wir würden Lebensmittel für zwölf Milliarden Menschen rein rechnerisch erzeugen und aus unterschiedlichen Gründen schaffen wir es nicht, alle Menschen satt zu machen. Dagegen will die Gruppe Foodsharing etwas tun. Seit Anfang des Jahres gibt es sie auch in Eichstätt. Sie wollen aktiv gegen die Verschwendung und für die Verwendung von Lebensmitteln eintreten und eine unkomplizierte Weitergabe von Essen ermöglichen. Unser oberstes Ziel ist, die Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und von dem her suchen wir uns kooperierende Betriebe, die sagen, sie geben uns das Essen, das sie nicht mehr verkaufen können oder wollen und wir machen regelmäßige Abholtermine ab und gehen dann zu den gegebenen Zeiten zum Abholen. Die Lebensmittelverschwendung ist etwas, was uns alle betrifft und das ist halt auf jeden Fall schade, das was man selber irgendwie nicht mehr wegkriegt, das kann dann der andere schon wieder wollen und brauchen und von dem her teilen ist schön. Verschiedene katholische Verbände engagieren sich beim Schöpfungstag. Sie informierten die Besucher über einfache Schritte, die jeder tun kann, um verantwortungsbewusster mit der Schöpfung umzugehen. Außerdem boten sie ein buntes Programm für die ganze Familie. Die Kinder konnten ihren eigenen Rosenkranz basteln oder Stoffbrustbeutel bemalen. Am Ende des Tages stand dann der Dank an Gott im Mittelpunkt. Die Gläubigen zogen mit Bischof Gregor Maria Hanke, der evangelischen Regionalbischöfin Elisabeth Hahn von Weihern und Erzpriester Apostolus Malamusis von der griechisch-orthodoxen Kirche zur evangelischen Stadtkirche. Dort feierten sie gemeinsam eine ökumenische Vesper. Ein Tag, um Gemeinsamkeiten zu betonen und zum Nachdenken über eine gerechtere Welt anzuregen. Die Gläubigen zogen mit Bischof Gregor Maria Hanke, Vielen Dank.